Gehen wir jetzt einkaufen? Was brauchen wir denn? Beispiel Wir brauchen Liter Milch Wir brauchen einen Liter Milch. Tipp brauchen plus Akkusativ und jetzt sie. Wir brauchen eine Flasche Olivenöl. Wir brauchen eine Tafel Schokolade. Wir brauchen ein Glas Honig. Wir brauchen eine Dose Mais. Wir brauchen ein Becher Joghurt. Wir brauchen ein Stück Käse. Wir brauchen 150 Gramm Schinken. Wir brauchen eine Tüte Gummibärchen. Wir brauchen ein Paket Spaghetti. Wir brauchen eine Tüte Gummibärchen. Prima, ist das alles? Ja, ich glaube das war's. Bis zum nächsten Mal.